Also, was haben Sie heute hier vorgestellt? Wir haben ein völlig neues Produkt vorgestellt, eine echte Produktinnovation, von der wir auch sagen, es ist wahrscheinlich das innovativste Produkt für die Steuerberater im Berufsstand der letzten, ja vielleicht sogar Jahrzehnte. Okay, und was ist die Lösung? Die Lösung heißt Edison One Click. Es geht primär um die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant, um eine völlig neue Dimension der Zusammenarbeit, was schlussendlich heißt, deutlichste Produktivitätssteigerung für den Steuerberater, aber auf der anderen Seite auch massive Alltagserleichterungen vor den Mandanten, sodass beide Seiten gewinnen. Wie soll das gelingen? Es soll gelingen über genau dieses Softwareprodukt Edison One Click. Das ist eine Web-Applikation, die es ermöglicht, Dateninformationen, Belege digital auszutauschen, und zwar immer, Name ist Programm, per One Click, sowohl vom Mandanten zum Steuerberater, aber auch, was nachher die Ergebnisse der Arbeit anbelangt, eben wieder vom Steuerberater zu seinem Mandanten. Web-basiert heißt ja, dass wahrscheinlich sehr viele Betriebssysteme abgedeckt sind. Gibt es da irgendwelche Einschränkungen? Es gibt keinerlei Einschränkungen. Also es läuft auf jedem Endgerät, das man sich vorstellen kann, auf jedem Betriebssystem. Also das heißt, egal ob iOS, Android oder auch Microsoft 8, es ist völlig plattformunabhängig, was das Betriebssystem anbelangt. Ich muss dann meine Mandanten dazu bringen, auch digital mitzuarbeiten, damit das Ganze funktioniert. Gibt es da Vorgaben, was Sie sinnvoll erachten, wie viel Prozent meiner Mandanten ich da umstellen sollte? Ja, und zwar 100 Prozent. Und das ist auch genau die Besonderheit von Edison One Click, dass wir sagen, es ist für jeden Mandanten geeignet. Heute gibt es ja auch schon Online-Lösungen, insbesondere was gerade wie Pilze aus dem Boden schießen, Online-Finanzbuchhaltungssysteme. Man muss sich als Steuerberater nur immer die Frage stellen, wie viel meiner Mandanten machen denn wirklich die Finanzbuchhaltung selbst und wollen sie es überhaupt selbst machen? Und da sehen wir auch den Knackpunkt, dass wir mit Edison One Click ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen haben, dass wir über einen sogenannten Mandantenkonfigurator individuell für jeden Mandanten, entsprechend seines Reifegrades, entsprechend seines Know-hows, die Applikationen zu zusammenstellen, die tatsächlich für die Zusammenarbeit Sinn machen. Das heißt, es geht vom einfachen Nachrichtenaustausch, quasi der Ersatz von E-Mail, E-Mail quasi nur sicher, mit der Möglichkeit Anhänge mit abzustellen, bis hin tatsächlich zur kompletten Online-Finanzbuchhaltung und viele nützliche Applikationen für den Mandanten, zum Beispiel ein testiertes Online-Kassenbuch oder ein Modul für die Angebots- und Rechnungsschreibung, immer beim Steuerberater dann, mit dem Vorteil, dass die Daten automatisch verbucht sind, in dem Moment, wo der Mandant es nutzt. Welche Hoffnung verbindet Edison mit dem Produkt? Wir wollen einmal mehr dem Markt zeigen, dass wir der Innovationsführer sind, weit voraus allen anderen. Und ich glaube, das konnten wir heute, auch wenn ich die Resonanz aus dem Publikum sehe, über alle drei Veranstaltungen weg, glaube ich, dass uns das wieder einmal gelungen ist. Noch ein Wort zu den Resonanzen der drei Veranstaltungen. Beschreibst du einmal die Stimmung? Wie war das so? Also die Stimmung war grandios gut. Sie haben es auch heute miterlebt. Ich glaube, Sie können es bestätigen. Die Menschen sind begeistert. Es ist natürlich auch schön inszeniert. Die Hallen, die wir gemietet haben, sind alle in einem schönen, modernen, auch natürlich, Name ist auch hier Programm, rockigen Design. Heute noch mit dem rockigen Live-Act am Ende. Das ist natürlich alles ein rundes Bild. Interessant für uns und wichtig für uns ist natürlich die Resonanz unserer Kunden auf das Produkt. Und die ist grandios. Also wirklich grandios. Anders kann man es nicht beantworten. Ich würde sagen, nahezu 70 Prozent aller Anwesenden haben sofort nachgefragt, wann sie es einsetzen können. Und wann ist der Zeitpunkt? Der wird sein zum 1. Juni. Also alle Produkte, die jetzt in der ersten Phase zu Edison OneClick gehören, werden ab 1. Juni allen unseren Kunden vollautomatisch zur Verfügung stehen. Schönen Dank, Hermann. Nichts zu danken.